Heute geht es um das Thema, funktioniert Betriebsrente auch auf der Basis von Honorarberatung? Mein Name ist Stefan Seidenfahrt, ich bin Experte bei von Munnburg für das Thema Betriebsrente und Partner von Transparent Beraten für eben genanntes Thema. Natürlich funktioniert das Thema Betriebsrente auf Honorarbasis. Aber man muss vielleicht etwas diffiziler einsteigen, um zu verstehen, wo macht das Sinn, wo macht das keinen Sinn, wenn es nicht nur nach persönlichem Gusto geht. Heute gängige Lösungen und deshalb seid ihr als Arbeitgeber keine Bösewichte, wenn ihr eine provisionsbasierte oder erfolgsbasierte Beratung macht. Und auch für einen Arbeitnehmer ist das Thema nicht nachteilig. Es ist ein ganz, ganz schlichter Grund. Der erste Schritt in eine erfolgreiche Betriebsrente ist, sie findet statt. Das heißt, es wird nicht eine Pseudolösung gebaut, sondern es wird vernünftig kommuniziert, informiert, beraten. Es wird eine vernünftige Grundlageregelung, eine Versorgungsordnung, Betriebsvereinbarung getroffen. Also es gibt ein paar Spielregeln, die einzuhalten sind. Und wenn ihr das einhaltet, ihr einen seriösen Berater habt, der euch schon aufgrund der Firmengröße vielleicht einen vernünftigen Kollektivrabat gibt, dann ist an der provisionsbasierten Beratung erstmal gar nichts auszusetzen. Warum? Naja, was wird passieren, wenn alles mit großen Rechnungen oder Honorarbasis einhergeht? Ganz, ganz viele Arbeitgeber könnten das vielleicht gar nicht oder würden aus politischen, strategischen Interessen, weil sie vielleicht die soziale Verantwortung nicht finden, ihr würdet es einfach vielleicht gar nicht machen. Jetzt springen wir mal in die Honorarberatung. Also erste gute Nachricht, es ist das Gleiche. Also ob erfolgsbasiert oder honorarbasiert, ist von der Beratungsleistung und von der Konzeption exakt das Gleiche. Wo unterscheidet es sich? Der erste Anreiz in der Honorarberatung könnte sein, ihr wollt gesicherte Neutralität. Jetzt kann man böse sagen, mit ein bisschen googeln und ein bisschen umschauen, werdet ihr die 5, 6 ernstzunehmende Betriebsrentenanbieter im Bereich Versicherung finden. Und damit habt ihr Neutralität und könnt kritisch hingucken. Ihr seid natürlich im Regelfall keine Fachleute. Das heißt, wenn ihr die totale Neutralität wollt, ist Honorar immer eine Chance zu sagen, na gut, jetzt hat der Berater gar kein Interesse, irgendein Produkt zu bevorzugen oder überhaupt eine Versicherungslösung zu fahren. Also ist Honorar eure Wahl. Wunderbar, kann funktionieren. Was sind noch typische Wege? Ihr wollt einfach, dass bei einem Arbeitnehmer doch eben nochmal ein großer Schnaps mehr ankommen. Das ist bei der Verrentung mehr Mythos als Realität. Da kommt so viel mehr bei der Honorarberatung gar nicht an, wenn ihr einen guten Kollektivrabatt habt. Wenn es um Kapitalauszahlungen geht, dann kann das schon ganz anders aussehen. Da ist, je nachdem, über welche Sparraten wir reden, da passiert schon eine ganze Menge mehr. Also Thema, ich will, dass der Arbeitnehmer noch mehr Benefit hat. Ich bin bereit, als Arbeitgeber an der Stelle zu investieren. Aus Arbeitgebersicht. Es gibt Arbeitgeber, die sagen, naja, wenn ich jetzt arbeitgeberfinanzierte Modelle aufbaue, dann ist es natürlich total spannend zu sagen, naja, ich bezahle es lieber auf Honorarbasis, weil es deutlich einfach eine Umsetzung ist. Es ist ja eh primär mein Geld, was ich ansonsten sowieso bezahlen muss. Das heißt, wenn ich doch eh bezahlen muss, ob über eine Provision oder ein Honorar, dann ist es doch transparenter, vielleicht die gerade gebrauchte Betriebsausgabe, dann mache ich es darüber. Stimmt und das kann man machen. Das funktioniert. Das heißt, auch bei großen mischfinanzierten Modellen, also ich habe so ein bisschen Arbeitnehmer, ein bisschen Arbeitgeber. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich noch eine Frage stellen, von der Handhabe, nämlich wie schon gesagt, gleich. Wollt ihr front up eine Rechnung bekommen für Beratungsleistungen und für Beratungstage und damit totale Transparenz haben? Oder wollt ihr es auf Provisionsbasis haben, dann geht die Betriebsrente mit wenig Anfangsinvestitionen, wenig Hemmnissen einher? Entscheidung, die liegen komplett bei euch. Und jetzt sprechen wir mal seriös über das Thema Bezahlung. Wenn ihr euch draußen umguckt, ist die große Gefahr, BAV kann jeder. Was BAV meint bei den meisten ist Entgeltumwandlung vermitteln, was eigentlich heißt, ich verkaufe dir eine Direktversicherung. Da kommt auch dieser spannende Irrtum her, dass eine BAV, eine Direktversicherung eigentlich eher so ein Arbeitnehmerthema ist. Nö, ist es nicht. Es wird immer der Arbeitgeber Versicherungsnehmer und wenn der Arbeitgeber auf eine Beratung durch einen vernünftigen Berater verzichtet, dann macht er sich über kurz oder lang eine spannende Baustelle auf. Auch das ist übrigens völlig frei von der Frage, ob ich auf Honorar- oder Provisionsbasis unterwegs bin. Was ihr in der Regel nicht tun könnt, und das ist auch richtig so, weil ihr als Arbeitgeber der Auftraggeber seid, ihr könnt das Honorar nicht auf euren Arbeitnehmer umlegen. Das ist euer Thema. So, während an der Provision, ihr beteiligt seid in der Regel und der Arbeitnehmer auch. So, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ihr wissen müsst. So springen wir ins Thema Honorar. Wenn ihr einen qualifizierten Berater haben wollt, ihr kennt das vielleicht aus der Rechts- und Steuerberatung und ihr holt euch nicht irgendeinen Winkelversicherungsvertreter oder Makler, der eigentlich vom Thema keine Ahnung hat, ja, was passiert da? Dann wird er euch Tagessätze schreiben. Und zwar nicht nur für, ich vermittle hier einen Vertrag, sondern erstmal für, ich treffe mit euch. Ich akquiriere euch, ich mache eine Konzeption, ich muss vielleicht mit eurem Betriebsrat eine Regelung treffen, ich muss Berater ins Haus schicken, ich muss Technik aufsetzen. Das heißt, was passiert mit dem Prozess? Es ist exakt das Gleiche in der Provisionsberatung, aber er wird deutlich diffiziler aufgebrochen, er wird sehr viel klarer und transparenter gemacht. Ihr wisst an welcher Stelle, warum, wie Geld fließt und das Fazit wird sein, ich sage mal, wenn ihr ein gutes Gefühl habt habt, ein wirklich Betriebsrennenberater, Betriebsvorsorgeberater, was auf sich hält, wird mit einem Tagessatz unterwegs sein, wenn er nett ist von, sagen wir mal, 1.000, 1.200 Euro. Wenn es ein wirklicher Profi ist, geht es auch mal schnell in die 1.800 bis 2.400 Euro. Das heißt, auch da muss man sich bewusst machen, Achtung, wir arbeiten mit Tagessätzen. Ihr kennt es eben von anderen beratenden Berufen und diese Tagessätze werden euch in Rechnung gestellt. Und jetzt kommt noch ein Teil, die werden natürlich dann in Rechnung gestellt, wenn ihr einen Auftrag erteilt. Akquise, das muss auch der Honorarberater machen, aber in dem Moment wird ein Auftrag erteilt, egal ob ihr noch aussteigt oder ob ihr keine Lust mehr habt oder ob die Umsetzung irgendwann stoppt, ob eure Leute sich tatsächlich, ihr habt mal den einen Laden, wo sich wirklich keiner für Betriebsrennen interessiert, wenn ihr Tagessätze gebucht habt, werden die bezahlt. Das heißt, welche Fragen müsst ihr euch stellen, um das Thema abzuschließen? A, möchte ich als Arbeitgeber in ein Vorinvestment treten? Habe ich verstanden, wo die Benefits liegen und habe ich auch verstanden, wo die Nachteile liegen? Möchte ich das nicht? Erfolgsbasierte Berater. Lasse ich mir bei einem guten Berater, der wird eh ein Konzept für Kommunikation, Produkt, Sicherung, Gestaltung, Stricken, egal ob Provision oder Honorar. Das heißt, ich sollte meinen Berater in die Pflicht nehmen, mir beide Wege erklären lassen. Wir zum Beispiel bei Transparente von Bundbock, wir machen das immer. Es gibt immer die Vorstellung, es gibt den linken und den rechten Weg und dann sucht man sich einfach aus, welcher passt für meine konkrete Situation und für mein Unternehmen. Also können wir als Fazit sagen, jawohl, Honorarberatung funktioniert, sie macht auch Sinn. Und jetzt springe ich mal auf meinen Stuhl, auf den Beraterstuhl. Es gibt sogar Fälle, die sind so komplex, dass ich auch als Berater gut beraten bin, zu sagen, oh, Honorar ist spannend, weil es nämlich einfach ganz viel Arbeit gibt und ganz wenig Chance auf eine erfolgreiche Vermittlung irgendeines Produkts, dann ist es sogar sinnvoll. Und ich kann noch eine Klammer aufmachen. Der Anwalt, Steuerberater, ob wir den mitbringen oder ihr ihn habt, der wird sowieso ein Honorar schreiben. Das heißt, ich bin in fast jeder Betriebsrennenberatung eh in einer Mischwelt zwischen Honorar und Provision, selbst wenn ich es gar nicht haben wollte. Das gehört einfach zusammen, wenn ihr es rechtssicher, haftungsminimal, wenn ihr es digital haben wollt. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Überblick geben, konnte euch helfen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr weitere Infos in der Art haben wollt über Betriebsräten, über andere Finanzthemen, werdet Follower. Ansonsten findet ihr rechts noch ein paar andere coole Videos zum Thema Betriebsräten, betriebliche Vorsorge. Springt einfach rein. Ja, es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ganz, ganz vielen Dank, dass ihr mir zugehört.